es kann losgehen wir sind angekommen in flensburg graf zeppelin straße da hinter uns sehen wir den kindergarten gesehen schaukeln wir sehen kleine pferdchen wir sehen ein klettergerüst wir sehen eine rutsche da schlägt das herz des bringers natürlich höher das heißt jetzt hinein wir überraschen jessica großmann hoffentlich ist sie da es gibt einen nicht ganz 1000 euro fast 1.000 euro und einen schönen blumenstrauß los geht's bitte hier klingeln da hängen die ganzen mäntel hallo wir wollen sie frau großmann die ist vorne aber ich möchte sie bitten nicht jetzt hier die kinder einfach zu filmen das dürfen wir nicht nein okay machen wir auch nicht ja alles klar dann gehen sie mal mit durch meine kollegin zu da längst wo durch geradeaus und dann rum geradeaus und dann rum da ist ja ja mit einer guten und mit einer schlechten nachricht die gute nachricht der bringer ist da die schlechte nachricht er hat keine 1000 euro mehr mit sondern 9 euro 99 weniger weil davon haben wir diese blumen gekauft ist das in ordnung also einmal die blumen jessica großmann meine sehr verehrten damen und herren ich habe einfach aus spaß hingeschrieben kommen vorbei in die kita und auch hier auf dem euro gewonnen hallo 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 guck hier spielen sie alle ganz süß hallo ja hallo na wer bist du denn hallo und ich bin karsten hallo und jessica hat was gewonnen ja genau das dolle machst du sehr gut nicht fallen lassen so halt gut fest jetzt wollen wir einmal abzählen hier so viel jessica 100 100 100 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 50 70 90 und 1 cent kriegst du noch weil die blumen haben 9,99 Euro gekostet ich muss gucken wo ich den Cent habe du kriegst du das machst du gut mit dem mikrofon da ist der Cent das ist noch der Glückscent hast du gut gemacht Dankeschön das entspricht 80 80 99 95 90 100 900